Russisches Gas für Deutschland sollte durch die Pipeline Nord Stream 2 nach Mecklenburg-Vorpommern fließen. Inzwischen wurde das Projekt gestoppt. Nun rücken die engen Verbindungen der Schweriner Landesregierung zum russischen Staatskonzern Gazprom immer mehr in den Fokus. Und Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD gerät zunehmend unter Druck. Der grüne Vorsitzende Nuri Pur fordert eine umfassende Aufarbeitung. CDU-Außenexperte Röttgen sogar Schwesigs Rücktritt. Es geht unter anderem um die Gründung einer Klimastiftung, um die Pipeline trotz US-Sanktionsandrohungen fertigzustellen. Kürzlich wurden Unterlagen veröffentlicht, die einen starken Einfluss Moskaus auf die Stiftungsgründung nahelegen. Und wir fragen nach, was steht in den Dokumenten Klaus Grübel in Schwerin. Inwiefern belegen Sie einen starken Einfluss Russlands über diese Stiftung? Also es gibt deutlichen Einfluss auf die Stiftung. Das hat auch der damalige Energieminister und heutige Innenminister Christian Pegel auf einer Pressekonferenz zugegeben. Er sei in Kontakt mit Nord Stream 2 gewesen. Und wie es bei solchen Stiftungen dann sei, es gebe zwei Seiten. Einmal die Landesregierung, andererseits Nord Stream. Und das alles habe er in die Satzung einfließen lassen. Die Ministerpräsidentin steht also unter Druck. Was hört man von ihr zu diesen Vorwürfen? Ja, herzlich wenig, nämlich gar nichts. Aus technischen Gründen sei sie im Moment nicht zu erreichen. Ich habe da mal die Opposition gefragt, wie sie das alles einschätzt. Also die Bündnisgrünen, FDP und die CDU. Dort wird kein Rücktritt gefordert. Aber man ist sehr gespannt auf die Dinge, die in dieser Woche und in der nächsten Woche noch so aufgedeckt werden. Klaus Grübel, vielen Dank für diese Information. Danke nach Schwerin. Klaus Grübel, vielen Dank.